Ohne Witz, wenn ich es nicht wissen würde, würde ich sagen, dass Spider-Man hier gerade sitzt und kackt, Alter. Guckt es euch an. Ja, ich habe mir jetzt dieses neue Spider-Man-Spiel geholt, weil es echt cool aus sah. Muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Aber Leute, wisst ihr was? Lasst uns eine Runde Fortnite spielen. Komm, hier. Genug Spider-Man für heute. Wisst ihr, wie ich meine? Ein bisschen Fortnite spielen, ein bisschen entspannen, ein bisschen chillen. Und dann easy peasy, ihr wisst Bescheid. Wir spielen jetzt mal auf ihrem Basis einfach diesen neuen Spielmodus mit den Lamas, die man auf seinen Rücken machen kann und so weiter. Und dann werde ich hier jeden zerfetzen. Guck mal, alle Leute, da drin sind einfach Lappen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Und wir werden absolut, by the way, Busfahrer, absolut danken. Ohne Witz, den Empfehler mache ich nie wieder. Ihr wisst, Leute. Gefährlich. Diesmal mache ich eine OG-Taktik. Die werden gar nicht mehr auf ihr Leben klarkommen. Ohne Witz. Glaubt mir, Leute. Ich werde die auseinandernehmen. Denn ich werde auf einen Tresor landen. Und wisst ihr, was das Ding ist? Keiner wird mich erwarten. Dann werde ich vom Tresor runterspringen. Bapau machen. Und die werden alle sterben. Also wir gucken mal, ob das überhaupt funktioniert. Ob ich überhaupt drauf gehen kann. Ich hoffe, der Ballon fällt ein bisschen schneller als ich. Ja, easy, easy. Ah, Bruder. Hallo. Oh, jawohl, Leute. Easy geschafft, Alter. Nice. Also jetzt können wir den kaputt schlagen sogar. Okay. Es ist Zeit für Uno. Es ist Zeit für Uno. Ne. Digga. Es ist Zeit für Uno. Nein. Nein. Ah, Leute. Ihr wisst. Bei Uno kann man immer schön entspannen. Bisschen spielen. Bisschen machen. Hoffentlich ist Ehrenbruder Pampan auch dabei. Der wird auf jeden Fall... Seine Ehre wird diesbauen. Wir werden ihn abstechen. Ihr wisst, was er letztes Mal... Ah. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, Alter. Ohne Witz. So ein Wichser, Alter. Dieses Mal nehmen wir Pampan seine Ehre. Ja, Leute. Hier sind wir wieder. Dieses Mal aber mit einem Ferrari. Also... Ja, Pampan seine Ehre wurde genommen. Beziehungsweise er ist einfach despawn. Hartet gar nicht darauf, dass auf einmal eine neue Runde startet. Zufälligerweise, Leute, sind bei uns die Playsies explodiert. Wir mussten neue über Amazon kaufen. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist leider Pampan verstorben. Seine Ehre wurde genommen. Ihr seht ja, Pampan wurde jetzt umgewandelt als Schneemann. Ihr könnt ihn rechts unten sehen. Er guckt so wie so ein Geistgestörter. Und Jungs, warum setzt ihr mich schon wieder aus? Hör mal auf, Alter. Ja, so Pampan ist jetzt nur in unseren Seelen und Herzen dabei. Leider ist er von uns gegangen. Jetzt ist irgend so ein Random da. So Ferrari oder so. Ihr kennt ihn sicherlich aus der... Bruder, muss los. Also, ihr kennt ihn bestimmt aus anderen Folgen, die geistesgestört waren. Wo er wahrscheinlich nur zwei Wörter geredet hat. Und Leute in die Kommentare geschrieben haben, ob er überhaupt noch lebt. Ja, er lebt. Aber er ist ein bisschen... Ich sag mal, schüchtern, hat Angst. Er ist gefährlich unterwegs, wisst ihr? Er ist so Zeugenschutz... Ja, ihr hört schon. Also, er ist Zeugenschutzprogramm. Deswegen, Leute, ist ein bisschen gefährlich. Er ist gefährlich, seht ihr? Guck mal, er hat direkt... Er hat direkt Spider-Gurkes Ehre genommen, Digga. Einfach so aus dem Nix, Alter. Jungs, ich ziehe euch ab. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich hier auch gewinne? Warte mal, habe ich letztes Mal... Warte mal, habe ich in der ersten Runde gewonnen? In der allerersten Runde, die wir veröffentlicht haben. Habe ich da gewonnen? Nein. Wer hat da gewonnen? Ja. Tschüss, Bruder, alles gut. Weil du genau die grüne Eins gelegt hast. Okay. Zweite Runde habe ich gewonnen. Also, dritte Runde werde ich jetzt auch gewinnen. Wegen Emre? Ja, hier werde ich auch gewinnen, auf jeden Fall. Ich muss mir betonen. Ja, da ist was dran. Jungs, was sind das für Karten, Junge? Ich will auch spielen. Ding, Fatih ist fertig, Mann. Was macht ihr? Ich habe am Anfang 7 gelegt. Ah, oh! Also, da stimmt was nicht, Bruder. Guck mal, ich, ich kam, aber... Ach ja, Leute, was mir einfällt. Wir spielen hier immer mit den Jungs. Die sind auch unten irgendwo verlinkt. Schaut mal vorbei, wenn ich nicht vergesse, stehen die irgendwo unten. Also, könnt ihr auch Abo da lassen. Fatih ist Fatih, Gurke ist Gurke. Checkt einfach ab. Bruder, guck mal, er hatte zwei Karten, Bruder. Sein Leben wurde beendet. Guck mal, er hat auf einmal acht. Oh mein Gott, Digga. Rot oder Rot, Dankeschön. Guck mal, wie er sich bedankt. Er hat bestimmt so null. Später kriege ich seine zwölf Karten. Digga, ich dachte, er stapelt meine Bruder. Oh mein Gott, Digga. Hallo. Digga. Diese Karma. Woo! Bro! Hallo? Hallo? Jawoll! 13. Der kriegt ja diese Karte, weil... Nee, Digga, es geht nur ums Prinzip, wie kann es sein... Digga, was ist das, Mann? Ohne. Digga. Einfach aus dem Nix, so, wie als ob Nix gewesen wäre, so. Oh mein, er kann Stapel. Hier, Bruder. Ey, Jungs, wechselt Farbe, bitte. Wechselt Farbe, bitte. Ah, andere Farbe? Weißt du... Karma, Bruder. Karma. Oh, und da kam Karma V2. Digga, Mann, ich hab 14 Karten. Digga, was soll das eigentlich? Hä, was willst du von mir? Lass... Scheiß... Ey. Kann man sein, wenn man sein. Kann man sein, wenn man sein. Digga, Stapeln geht nicht in diesem Falle, weil ich schon dran war. Bruder, Lern Uno spielen. Hä? Bist du von mir? Du kannst kein Uno spielen. Gibt keinen Sinn. Doch. Man kann nur Stapeln, wenn man dran ist, Bro. Ja? Ja, aber ich war nicht dran. Hat er Sagen nicht in den Fuß 2 gelegt? Ich konnte nur dazwischenlegen. Nein. Ich konnte nur dazwischenlegen. Keine Ahnung. Ging nicht. Ich bin verwirrt. Ja, genau. Bruder, komm, lass ihn so 10 Karten ziehen. Wie kann man so falsch sein? Jetzt nimmst du seine Ehre. Drei. Wie kann man nur so falsch sein, Digga? Wollt ihr, dass Gurke gewinnt, oder was? Hört mal auf, ich gönne ihm nicht. Jetzt kommen gleich... Spider-Power! Spider-Power! What? Schwierig, Digga, guck mal, die machen Team-Play. Die machen Team-... Digga, Mann, wie viel Glück muss man haben? Er zieht Karte, der kommt gleich, aber jetzt... Emre, schon wieder wegen dir verlieren wir hier. Oh, Mann, ey. Jawohl, Alter. Ich wusste, dass du keine rote Spider-Man-Karte hast. Aber er hat wieder zwei Jungs, passt auf. Hey, Bruder, mach nicht so. Jawohl. Guck mal, er nimmt vom Falschen. Sauber. Sauber. Nein. Oh, Mann. Er hat durch Hopps genommen. Digga, wie dumm muss man seinen Fahrt hier abnehmen, Bruder? Was ist mit dir passiert? Nein, dann vertrau mir. Nein, Bruder. Nichts vertrauen. Was ist das schon wieder? Gib mir doch nicht so Scheißkarten! Oh, Hartiger, ich stirb, Notruf. Jungs, glaubt ihr mir, wenn ich sag, ich hab alles gleiche Farbe? Glaubt ihr mir? Glaubt ihr mir, wenn ich sag, ich hab alles gleiche Farbe? Nein. Tschüss, Bruder, alles gut. Justin. Hey, der hat mich auseinandergenommen. Aha, zwei. Spidey Power! Zwei Rot! Digga, was ist passiert hier? Hättest du jetzt auch noch mal zwei geworfen, Bruder, Ehre genommen? Komm. Oh, genau. Oh. Also, der Pro-King, guck, guck, fünf. Nimm meine Karte. Jawohl, guter Junge. Ich trau' dir ganz richtig dir nicht. Du hättest ihn so oft, ne? Emre, was machst du eigentlich, hä? Da waren zwei Sieben. Deine Ehre wurde einfach grad gebändigt. Ohne Witz. Oh, Mann, meine auch. Pampan, seine Ehre wurde gebändigt und genommen und despawned und weggebrochen. Jeder Tag, ein Musik ist wirklich geil, ne? Ja, man hört nicht so gut, aber... Was machst du da dann? Das ist Justin, der sich grad umbringen will, weil er 14 Karten gezogen hat. Weißt du, was schlimmste? Ich hab nicht einen grünen. Jetzt aber. Jetzt, Allah. Jawohl. Digga, es gefällt mir gar nicht, wie ihr hier grad spielt. Guck mal, jetzt kommt eine Auswärtserkarte. Wetten wir? Digga, machen... Bruder. Kann man nur so Scheißkarten haben. Ja, so unfair. Ohne Witz. Unfair, Bruder. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, spielt ruhig. Ja, ne 5. Ja, mach, mach, Bruder. Mach. Ja, danke. Nice. Wäre man. Wechselt Farbe, Jungs, glaub mir. Na, Bruder. Weißt du, einfach, um ihn zu ficken. Weil ich ihm nicht gönne. So. Ja, Mann. Hier, Bruder. Ohne Witz, wie kann man so viel Glück haben? Ruhe, Bruder. Vertrau mir, Acht. Digga, es gefällt mir nicht, dass jeder so wenig Karten hat, Mann. Nicht, welches Fatih so welcher hat. Was Emrad weiß ich aber. Sauber, sauber. Sauber. Tüch, Ehre genommen, Digga. Alle haben gerade so wenig Karten. Das gewäh... Ey, wir müssen Emrad stören, Digga. Der darf dich gewinnen. Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung von Uno. Er hat keine Ahnung von Uno. Das ist ja grün, glaub ich. Du hattest die vor zwei Sekunden. Bruder. Zum Glück. Ist so, Digga. Wie kann man das vergessen? Grün. Gelb. Blau. Blau. Rot. Gelb, jawohl. Erze, Karne, komm. Digga. Emre. Bedankt. Digga. Jungs, Erd, Gelb. Fatih. Nein, warte. Nein, nein. Andere. Nein, er blüfft, er blüfft. Er blüfft. Ähmre, mach nix Falsches. Gib ihm vier Plus. Gib ihm vier Plus, Bruder. Emre wird wieder reinscheißen. Emre wird wieder reinscheißen. Emre wird wieder reinscheißen. Nein, nein, hat er richtig. Ich hab der ganzen Geschichte hier grad nicht getraut, Digga. Fatih. Fatih. Ich versuch, das hier zu gewinnen. Und werd hier auseinandergenommen. Warum sollst du denn gewinnen? Ja, weil ich gewinnen will. Möchte doch jeder. Dankeschön. Digga, ohne Witz, Alter. Ohne Witz. Ich schwör, ihr kommt. Nee. Ich schwör, ich hätt's pampern als Auftragskiller auf euch. Ihr werdet genommen, Digga. Ihr werdet einfach abgestochen. Abo. Komm, wie viel Karten ich hab. Wie kann man so falsch sein? Jungs, das gefällt mir nicht. Bestimmt wieder diese App, die gleich von vorhin, oder nicht? Gelb, bitte, gelb. Rot oder g? Blau. Ja, ich hab gewonnen. Digga, Jungs, macht nix Falsches. Ey, der blufft, glaube ich. Bruder, zieh so lang, bis du aus der Karte bekommst. Ja, Bruder, wie kann man so ein Ehrenmann sein? Wie kann man so ein Ehrenmann sein? Digga, what the fuck, Alter. Ich konnte eigentlich legen, hab trotzdem gezogen. Ja, besser so. Oh, guck mal, er hatte rote Karte, Digga, absolut. Und er hatte Karte gezogen, ja. Oh mein Gott. Falsche, falsche Dinge. Ich hätte liegen können, weißt du? Hab das gesehen. Ey, Digga, ich will auch spielen. Ach, Mann. Ich dachte, er starb mit dir zu weiß, was er so gesagt hat. Komm, ProKingG5, Bruder, hör doch auf. Justin, wenn du Ehrenmann bist, sagst du, was für Karten er hatte. Grüne 6, gelbe 1. Oh mein Gott. Stimmt nicht. Mein Gott, ich krieg 14 Karten, Mann. Grüne 6, gelbe 1 hat Party immer noch. Ich hoffe, dass du einfach stapeln kannst. Danke dafür, Ehrenmann. Ah, Ehrenmann, Bruder. Es war Hoffnung leider gestorben. Es muss bei Blau bleiben. Okay, das war ein bisschen dumm. Komm, Junge, komm. Jawohl. Ah, ich kann nichts legen. Scheiße. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Oh, Ehre genommen. Bruder, wie schnell drückst du das Treib? Zu spät. Zu spät. Zu spät. Digga, was hab ich? Ich hab mich ja selber genommen. Ja, mein Ding hat den Gensee-Auftrag drauf. Ja, Digga, ich kann nichts machen. Hätt immer noch die gelbe 1, ne? Das war die andere. Oh mein Gott. Digga, ich drück auf, Dreck, es geht nicht einfach. Wie man es gehört hat. Ey, Fati wird auseinandergenommen. Willst du, Fati wird auseinandergenommen. Vier Karten über zwei Karten. Vier, Digga. Okay, vier. Ich drück einfach Kreis, Alter. Statt vierig. Digga. Digga, hör doch mal auf. Dankeschön. Oh Mann. Oh mein Gott. Zieh, Gurke, zieh. Digga, das gefällt mir nicht. Willst du die Karten haben? Das gefällt mir nicht. Kann dir gegen. Digga. Ey Mann, reischt doch. So, was ich jetzt mache. Ja, ich hoffe, mein Plan geht auf. Hart ist ein cooler. Der Plan wurde richtig von hinten genommen. Oh mein Gott, was macht ihr, Digga? Jetzt kann er nicht mal tauschen. Mein Plan ist aufgegangen. Oh Mann. Oh Mann. Was ist passiert? Rot und grün, wa? Nee. Rot und grün. Eine gelbe und eine 2+. Rot und grün. Digga, das gefällt mir nicht. Nee, du bist ja Ehrenmann. Ohne Witz. Digga. Digga, das ist jetzt gefährlich. Das gefällt mir nicht. Er kann nicht stapeln. Ja, er hat jetzt gewonnen. Oh mein Gott. Was ist passiert? Was ist passiert hier? Er muss nur eine Karte ziehen. Digga. Das kotzt mich wieder voll an, Jungs. Das gefällt mir nicht. Wir wissen nicht, was für Karte er hat. Ey, du musst blowen nicht. Oh mein Gott. Ich habe eins grün. Ich habe die gezogen. Er hat einfach eins grün, Bruder. Muss los, Alter. Eins grün habe ich. Nicht grün legen. Nein, du Trottel. Der hat gelb. Du kleiner Mixer. Wie kann man so ein Ehrenmann sein? Wie kann man so ein Ehrenmann sein, Digga? Wie kann man so ein Ehrenmann sein? Wie ein Obmann, ey. Ich habe euch alle genommen. Alle, Digga. So, genug, Alter. Raus, hier, Jungs. Was soll ich machen? Jo, warte mal. Wie viel? Das ist zweitermal in der... Dufts, dufts, dufts. Ich habe wieder... Ich habe wieder mit Emre reingeschissen, Bruder. Emre, Mann. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen. Da vergesst auch, wenn ihr zu abonnieren und ihr Glööcke zeigt. Wenn ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt die anderen Leute unten in der Videobeschreibung aus. Ich würde dann mal sagen, haut rein, geht mit Flowey. Ciao. Ciao.